Was für den Kunstliebhaber das Louvre in Paris ist, das ist für den ambitionierten Retro-Gamer das Computerspielemuseum in Berlin. Da bin ich nämlich heute. Ihr wisst ja, in der Vergangenheit war ich ja öfter mal bei Retro-Vereinen oder Retro-Sammlern. Und heute bin ich eben im offiziellen Computerspielemuseum. Hier in den Räumen des ehemaligen Café Warschau befindet sich seit dem 21. Januar 2011 das Computerspielemuseum in Berlin-Friedrichshain. Das Museum besitzt laut Wikipedia über 25.000 originale Datenträger mit Computerspielen und Anwendungen, ca. 12.000 Fachmagazine sowie 120 verschiedene historische Computer- und Konsolensysteme. Da schlägt das Retro-Herz höher. Tja, und da ich, weiß Gott, nicht allwissend bin und immer gerne dazu lerne, habe ich mir eine Masch-, äh, waschechte Retro-Expertin organisiert. Den Gag versteht ihr übrigens, wenn ihr den Namen hört. So, dann gucke ich mal, wo die Mascha ist. Mit der bin ich nämlich verabredet. Hallo, Mascha! Du arbeitest hier als Kuratorin und nach dir ist ja auch der Mascha Mittwoch benannt. Genau, mein Freiertag. Der ganz persönliche Freiertag. Aber im Ernst, du kennst dich hier super aus mit den ganzen Stücken, oder? So ist es. Ich betreue die Sammlung und die Ausstellung und wechsle eine Sonderausstellung und kenne mich mit all dem so ein bisschen aus. Ich bin extrem informationshungrig. Kannst du diesen Hunger stillen? Guten Appetit. Komm mit. Sehr gut. Ja, hier gibt's wirklich viel zu entdecken. Unsere erste Station ist direkt ein kultiger Meilenstein, den so ziemlich jeder kennt. So, hier stehen wir jetzt an einem sehr bedeutenden Automaten der Videospielgeschichte. Es ist nämlich Pong von Atari und es macht mich so traurig, sagen zu müssen, Pong war geklaut. Genau, Pong war geklaut von der Magnavox Odyssey. Nichtsdestotrotz ist Pong ein ganz bedeutsamer Automat, weil er eben nicht wie die Magnavox Odyssey als Heimkonsole, sondern als Gerät im öffentlichen Raum, als Münzeautomatenspiel, so als der Auslöser der großen Videospielindustrie gilt, an der wir uns heute nicht satt spielen können. Der stand ab 1972 in Videospielhallen in Nordamerika, war da sehr beliebt. Innerhalb von zehn Jahren wurden über 8000 Dinger davon auf den Markt gebracht und verkauft. Gleichzeitig wurde zum Zweck, das ganze Ding produzieren und vermarkten zu können, die Firma Atari gegründet und hat natürlich in den nächsten 20 Jahren dann den Markt auch mitgestaltet, mitdominiert und zu dem geführt, was wir heute alle in unseren Spielzimmern stehen haben. Und es gibt ja einen Unterschied zu der Pong-Version von Magnavox und zwar kann man da viel besser steuern. Genau, die Magnavox Odyssey als Heimkonsole hat einen anderen Controller, das heißt man hat nicht nur ein Rad pro Spielerin oder Spieler, sondern zwei. Man kann also seinen Schieberegler oder Tennisspieler oder was auch immer man darin sehen möchte mit seiner Fantasie, nicht nur hoch und runter, sondern auch vor und zurück bewegen. Also eigentlich hat man in der Urversion, die noch nicht Pong heißt, aber das gleiche ist, sogar mehr Gestaltungs- und Bewegungsspielraum. Ja und das vermeintliche Original habt ihr natürlich auch hier, die Magnavox, oder? Selbstverständlich. Haha, hier ist also die Magnavox Odyssey. Was ist denn das Besondere an der Konsole, Mascha? Das Besondere an der Magnavox Odyssey ist, dass es überhaupt die allererste Konsole ist, die auf den Markt gekommen ist, 1972. Man kann noch nicht ganz so viele Spiele spielen, es gibt noch keine auswechselbaren Datenträger, sondern zwölf Spiele. Man sieht so ein bisschen, dass es damals noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gibt, das heißt, es liegen unterschiedliche Folien bei, die man auf seine Mattscheibe raufpacken kann, damit das Ganze auch ein bisschen bunt und aufregender aussieht. Und die ist entwickelt worden von Ralf Bär, der aus Deutschland emigriert ist, wie viele kluge Köpfe im 20. Jahrhundert und dort eben den Prototypen für die erste Konsole entwickelt hat, die dann, als die Magnavox Odyssey auf den Markt kam, auch nach Deutschland natürlich. Insgesamt hat die sich 100.000 Mal weltweit verkauft, davon 10.000 alleine in Deutschland. Also kam schon in vielen Haushalten in den 70er Jahren bei uns an. Was war so der Lebenszyklus? Na, ganz so lange gab es die dann nicht auf dem Markt, weil dann ja die erste Konsole von Atari kam, das Atari VCS und andere Konsolen. Da hatten wir dann plötzlich Cartridges, also auswechselbare Datenträger, und das ist einfach viel, viel reizvoller als eine Konsole mit zwölf Spielen, eine Konsole mit unendlichem. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.